ja ich war gestern in hamburg und habe wieder was schönes mitgebracht nämlich da gibt es bald die hamburger bierweek und ich habe ein collaboration brew von allen hamburger brauern mitgebracht das ist das pale ale für die hamburger bierweek und davon habe ich ein paar six packs mitgebracht six pack kosten 10 und eine flasche kostet zwei euro das heißt beim six pack gibt es zwei euro rabatt und jetzt wollen wir das mal probieren goldene bis tiefgoldene farbe unfiltriert schön feinporigen weißen schaum fruchtig habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht was für hopfen verwendet wurde hier ist drin amarillo kalista und polaris sehr fruchtig sehr erfrischend hohe trinkbarkeit zurück hat etwas zurückhaltende bittere das heißt für die leute die jetzt noch nicht so die mega hopfenbomben brauchen für die ist das genau richtig also dessen bier könnte ich den ganzen abend trinken wirklich erfrischend fruchtig ja das ist abholbar morgen freitag den 13 an der brauerei 13 bis 18 uhr oder auf absprache ihr könnt anrufen oder mail davon sind noch ein paar six packs da ja ich freue mich auf euren besuch und zum wohl